Liebe KNK, liebe Eltern, Musiker und Zuhörer, Weihnachtsmärkte, Proben, Weihnachtsfeiern und das Weihnachtskonzert der KNK sind Fixpunkte, die dieses Jahr nicht stattfinden können. Wir können jedoch die Adventszeit nutzen, um Energie zu sammeln und sich für Dinge Zeit nehmen, die sonst auf der Strecke bleiben. In diesem Sinne wünsche ich euch eine besinnliche Adventszeit mit vielen Keksen, Weihnachtsmusik und Zeit mit euren Liebsten. Schönen 4. Advent, macht's das Beste draus.